In meiner Reportage 80 Kilo müssen runter, Guido will Schützenkönig werden. Geht es darum, dass wir über anderthalb Jahre einen 217 Kilo schweren Mann begleitet haben, dessen Motivation abzunehmen, daher rührt er, dass er Schützenkönig werden möchte. Also eine besondere Motivation, denn bei 217 Kilo gibt es sicher viele Gründe, auch gesundheitliche, warum man versuchen sollte abzunehmen. Und er hatte eben dieses Ziel, einmal sein Dorf als Schützenkönig zu regieren. Die Kernbotschaft daraus hat sich für mich später so herauskristallisiert, dass es eigentlich wichtig ist, das anzunehmen, was sich als nächste Möglichkeit und als Chance einem bietet. Das Ziel, Schützenkönig zu werden, wurde immer kleiner. Es ging am Ende eigentlich um Leben und Tod, um essentielle Fragen. Und er hat dann auch Wege eingeschlagen, die er anfangs des Films für völlig abwegig gehalten hat und die er auch für sich abgelehnt hat. Und heute kann ich sagen, dass mein Protagonist 90 Kilo weniger wiegt und sehr glücklich und stolz ist über das, was er erreicht hat.